Ich freue mich sehr, habe euch mitgebracht, das hybride Theaterfestival und zwar das zweite Anti-Helden-Festival vom 24. November bis 27. November im Theater Mollerhaus von Theater Inc. Im Studio jetzt hier zum Gespräch Marvin Heppenheimer, der Verantwortliche für das Festival und auch natürlich zeichnet er verantwortlich für die Regie. Hallo Marvin. Hallo Petra. Das zweite Anti-Helden-Festival, warum hast du dich entschieden weiterzumachen? Nach dem doch großen Erfolg und dem großen Zuspruch, den wir im vergangenen Jahr erhalten haben, stand für uns schnell fest, wir machen weiter und ob Corinna uns nun verlassen hat oder nicht, insbesondere das hybride Theater ist und bleibt weiterhin ein spannendes Feld und für mich ist die Zeit noch nicht vorbei zu erforschen, wo die Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt, insbesondere in Bezug auf das Theater liegen. Und dazu haben wir ein Festival ins Leben gerufen und warum dieses also nicht weiterführen? Was erwartet uns denn dieses Jahr? Wo liegen denn die Schwerpunkte? Du arbeitest, hast ja jetzt gerade gesagt, mit unterschiedlichen Medien. Erzähl mal. Dieses Jahr hat sich schnell herauskristallisiert, dass alle Produktionen, alles was auf dem Festival zu sehen sein wird, irgendwie mit Musik zu tun hat. Und das reicht von sehr musikalischen Inszenierungen bis hin zu Solostücken mit einem ganzen Orchester fast auf der Bühne und sogar einem Konzert, das Teil des Festivals ist. Und ich glaube, neu dabei auch so eine Art Performance? Nach der Judith im letzten Jahr, die wir schon etwas performativer angelegt haben, wird es dieses Mal als längere Produktion, die über fast das ganze Festival läuft, auch eine Performance-Installation auf der Probebühne des Theaters geben, die zusätzlich zu den Gastspielen und Abendveranstaltungen nachmittags geöffnet sein wird. Was reizt sich denn daran zu sagen, analog und digital zu arbeiten? Warum machst du das Spagat? Für mich ist das relativ simpel beschrieben, dass jeder von uns eigentlich ein Smartphone besitzt und mit diesem ja fast schon verwachsen ist. Und dieser kleine elektrische Kasten in der Hand ist eigentlich unsere Schwelle ins Digitale, in den hybriden Raum. Und das dann noch ins Theater weiterzudenken. Wir haben lange Zeit damit verbracht, uns nur digital zu sehen über diverse Kommunikationsmedien. Wir waren gezwungen, auch das Theater auf dem Bildschirm zu genießen, zu großen Teilen als abgefilmte Aufzeichnungen von bestehenden Inszenierungen der Bühne bis hin zu innovativen, neuen Theaterformen, die auch den digitalen Raum, die den Bildschirm live bespielen, so wie wir auch letztes Jahr das Punkt-Live-Kollektiv mit Werther dabei hatten. Wollte ich gerade ansprechen. Das war ja eine sehr, sehr interessante Sache. Es war selbst für mich total neu und spannend, weil ich immer ein sehr offener Mensch bin. Die haben ja wirklich Formen ausprobiert, wo das Publikum digital mit Einfluss nehmen konnte auf das Stück, auf das live gespielte Stück, ja. Genau. Und auch hier das Medium, das Kommunikationsmedium zwischen Zuschauenden und den Agierenden war das Smartphone, insbesondere Social Media. Und wir gehen jetzt jeden Tag durch und fangen jetzt mal mit dem Donnerstag an, mit dem 24.11. Hier gibt's Jekyll and Hyde. Gut und Böse. Wer kennt die Geschichte nicht? Aber hol doch mal die Leute ab, die die Story nicht kennen. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, mit einer hauseigenen Premiere zu eröffnen, mit einer Bearbeitung von Robert Louis Stevenson's Erfolgsroman Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Bei uns heruntergebrochen auf Jekyll und Hyde. Der andere Titel ist einfach zu lang. Und wie du's gerade schon schön gesagt hast, es geht um das Spiel von Gut und Böse. Es geht um Dr. Jekyll, der ein Mittel entwickelt, um die böse Seite von seiner Persönlichkeit zu isolieren und abzuspalten, was ihm auch gelingt, ihn aber auch gleichzeitig vor große Herausforderungen stellt. Denn das Böse, Mr. Hyde, entwickelt immer mehr ein Eigenleben und schreckt auch letztendlich vor Mord nicht mehr zurück. Und eben diese Verhandlungen der beiden Persönlichkeiten, dieser eigentlich gespaltenen Persönlichkeit in einem Menschen, haben wir entschieden, eine Stimme zu verleihen in Form von zwei Schauspielern, die jeweils eine der beiden Seiten verkörpern und sich somit auf ganz neue Erzählweisen einlassen, so dass wir keinen Schauspielenden haben, der einen inneren zerrissenen Monolog spielen muss, sondern zwei Schauspieler, die in einen aktiven Dialog miteinander treten können und vor allem auch sehr spannende physische Komponenten miteinander haben. Wie ist bei diesem Stück die Musik eingebettet? Ich freue mich sehr, dass für diese Premiere ein altes Erfolgsduo wieder zusammenkommt und das ist neben meiner Wenigkeit Yannick Blauert, der ja schon diverse Kompositionen für uns gemacht hat, zuletzt für Medea und Antigone und den Gruftwächter. Er hat ein sehr spannendes Konzept für uns entworfen, das diesmal weniger klassisch orchestriert ist, sondern etwas wilder wird und wir in eine doch, ja, ich möchte fast sagen, in eine rockigere Richtung gehen, zumal auch E-Gitarren live auf der Bühne eine tragende Rolle spielen werden. Lieber Marvin, wir hören jetzt erstmal Musik und dann gehen wir weiter auf den Freitag, den 25.11. Eine Stadt, eine Frequenz Machen Sie uns an Zurück im Studio und hier live Marvin Heppenheimer vom Anti-Helden-Festival Theater Inc. im Mollerhaus vom 24.11. bis 27.11. Wir haben schon den Donnerstag vorgestellt, den 24.11. mit Jekyll and Hyde. Wer spielt denn diese Rollen? Ich freue mich sehr, zwei junge Schauspieler gewonnen zu haben. Einmal David Alonso aus Hamburg und Patrick Isop aus Wien, die jetzt schon seit knapp einer Woche hier in Darmstadt sind. Und wir gemeinsam diese für uns doch sehr spannende Reise begehen, auch dieses Stück wirklich arbeiten und sich entwickeln zu lassen und immer neue Formen entdecken, sodass das Endergebnis auch noch gar nicht so feststeht. Und wir sehr gespannt sind, was letztendlich als Endergebnis zu sehen sein wird. Kommen die Leute auf dich zu und sagen, Marvin, wir wollen unbedingt unter deiner Regie spielen? Oder castest du? Wie machst du das? Der erste Fall wäre natürlich schön, aber für Jekyll und Hyde haben wir online ausgeschrieben. Und ich konnte mich tatsächlich über eine Vielzahl an Bewerbungen freuen und habe mich dann für David und Patrick entschieden nach einer etwas längeren Castingphase. Und ich bereue diese Entscheidung kein bisschen. Es war die Richtige. Wir sind gespannt. Also Jekyll and Hyde am Donnerstag, den 24.11. im Theater Mollerhaus im Rahmen des Anti-Helden-Festivals. Kommen wir zu Freitag, dem 25.11. Hier gibt es die Hamlet-Variationen. Auch im Theatersaal um 20 Uhr mit Schlagzeug. Das klingt auch spannend. Hamlet ist ja auch eine tragische Figur in der Theaterwelt. Eigentlich ein Muss in der Theaterwelt. Muss man mal gesehen haben, gelesen haben. Das klingt jetzt wieder so, dass es auf eine besondere Art und Weise dargeboten wird. Hol uns ab. Die Hamlet-Variationen sind ein Schauspiel des Schauspielers Simon Masuri. Du hast das Schlagzeug schon angesprochen, aber das ist tatsächlich nur eines der vielen Instrumente, die mit ihm allein auf der Bühne stehen werden. Und ob man Hamlet jetzt kennt oder nicht, ist der Abend allemal ein Besuch wert. Denn Simon erforscht die Figur des Hamlet und forscht seinen Motiven nach. Und geht passend zum Festival auch wirklich der Frage nach, wer ist dieser Hamlet überhaupt? Eine Heldenfigur? Gar eine Anti-Heldenfigur? Bei Hamlet steckt besonders das Thema der Rache drinnen, die Taten, die er aus Rache begeht. Rache aus eigentlich gutem Zweck, um seinen Vater, um den Tod seines Vaters eben zu rächen. Aber ist sein Handeln dadurch irgendwie zu rechtfertigen? Oder eben nicht? Und in einer völlig offenen Versuchsanordnung, bei deren Premiere ich diesen Sommer beiwohnen durfte, Gott sei Dank, forscht Simon nach allen Facetten und immer mit ihm der Klang von mal bekannten, mal weniger bekannten Musikinstrumenten. Und natürlich ganz wichtig, einer Looping-Maschine, mit der man sich auf die ein oder andere magische, musikalische Zauberei gefasst machen darf. Was ist eine Looping-Maschine? Das musst du uns jetzt verraten. Ich verrate nicht so viel, aber es ist eine kleine technische Spielerei, mit der auch eine Person ganz allein dazu in der Lage ist, ganz viele Instrumente gleichzeitig erklingen zu lassen. Ich weiß, was es ist, aber wir verraten es nicht. Das ist toll, das zu erleben. Finde ich gut. Wir machen wieder eine kleine Musikpause und schweben dann zum Samstag, den 26.11. Zurück im Studio und immer noch da, Marvin Heppenheimer. Und wir sind beim Anti-Helden-Festival und wir sind jetzt neugierig, was am Samstag, den 26.11. passiert. Und es gibt hier drei Veranstaltungspunkte und es startet um 18 Uhr im Theatersaal mit Judas. Was hat Judas mit Multimedia zu tun? Judas, ein noch relativ modernes Theaterstück der Autorin Loth-Weckmanns, erzählt natürlich, wie es der Name schon vermuten lässt, von der titelgebenden biblischen Figur des Judas, des Verräters von Jesus. Und was das mit Multimedia zu tun hat, eigentlich leicht gesagt. Jesus und seine JüngerInnen, heute InfluencerInnen mit ihren Followern. Irgendwie scheint es eine Parallele zu geben. Und genau mit dieser Frage befasst sich auch das Kollektiv mit Gefühl, das uns den Judas auf die Bühne bringt. Auch hier ein Schauspiel-Solo mit dem Schauspieler Kevin Silvergieter, der uns diesen Judas, diesen scheinbaren Verräter, präsentiert. Aber auch hier mit der Frage, ist er wirklich ein Verräter? Ist er vielleicht sogar ein Held? Und um es einmal ganz zuzuspitzen, hätte es ohne den Verrat des Judas überhaupt eine Wiederauferstehung gegeben. Mit all diesen Fragen und eben diesen multimedialen Phänomenen, die da auch in der heutigen Zeit herauszuziehen sind, befasst sich dieser, wie ich auch finde, sehr spannende Soloabend mit einem sehr tollen Text, der für die ein oder andere Überraschung sorgt. Du hast gesagt, es ist ein Soloabend, hast aber am Anfang davon gesprochen, dass es ein Kollektiv ist. Das heißt, es ist ein Schauspieler, der Judas spielt. Und wie viele Leute sind dabei in dem Kollektiv und haben diese Produktion geschaffen? Der Kollektiv Kern besteht neben Kevin aus der Regisseurin Andrea Gerhold und der Dramaturgin Jana Sassor, die aber eben auch ihren Arbeitsschwerpunkt darin sehen, neben ihren eigenen Stärken auch immer wieder auf die Power anderer Künstler inzusetzen und somit auch hier für den Judas der Musiker Konstantin Gold mit ins Boot geholt worden ist, der dem Judas natürlich auch hier eine musikalische Ebene verliehen hat. Und das geht um 18 Uhr los am 26.11. im Theatersaal Mollerhaufs. Jetzt wird das Anti-Helden-Festival, haben wir jetzt viel Theater erlebt und jetzt gibt es am 26.11. noch ein Konzert mit dem Musiker Martin Bruchmann im Theatersaal plus Livestream unter dem Titel »Wer wäre ich heute, wenn ich damals nicht gegangen wäre?« Was erwartet uns da für eine Art Musik? »Wer wäre ich heute, wenn ich damals nicht gegangen wäre« ist der Titel eines Albums, das in Kürze erscheinen wird, das erste Soloalbum von Martin Bruchmann. Und es ist ein sehr persönliches Album, denn er erzählt seine eigene Geschichte. Wie er damals von zu Hause weggegangen ist, wie er so Musik gefunden hat, aber auch das Thema der Selbstfindung, insbesondere des Outings, spielt eine Rolle. Und Martin wird uns an diesem Abend in einem kleinen, sehr intimen Akustik-Liveset ein paar Songs von seiner Platte spielen, aber auch schon erschienene Songs, die sich alle mit den Themen der Vielfalt und des Zusammenhaltens befassen. Und ich würde es als eine sehr persönliche Weise des Pops- und des Singer-Songwriter-Genres bezeichnen. Und der Livestream läuft dann in den anderen Räumlichkeiten vom Mollerhaus, oder wie ist das gedacht? Das Konzert wird gleichzeitig zum Live-Erlebnis im Saal auch in die Welt herausgestreamt, sodass man dieses Konzert von jedem Punkt der Welt auch schauen und hören kann und eben nicht nur bei uns in Darmstadt. Also hier wieder ein aktiver Durchbruch der analogen Theatergrenze hin in den digitalen Raum. Und das Konzert von Martin Bruchmann, was in die Welt hinaus gestreamt wird, das ist natürlich nicht der Schlusspunkt für Samstag, den 26.11., sondern es gibt noch eine Festival-Party. Ja, liebe Petra, was gäbe es Schöneres, als nach einem Konzert den Abend noch mit einer kleinen Festival-Party ausklingen zu lassen und zu den tollen Beats von Fast, einem Live-DJ hier aus Darmstadt, einmal so richtig abzutanzen. Da freuen wir uns drauf, denn ihr müsst alle kommen am 26.11. zum Tanzen ins Mollerhaus. Und vorher natürlich die Veranstaltungen besuchen. Genau, davon gehe ich ja mal aus. Denn es ist nämlich ein schöner Abschluss um 22 Uhr im Theatersaal und im Foyer. Okay, wir hören uns wieder Musik an und sind danach dann beim Sonntag, den 27.11. Im Studio immer noch Marvin Heppenheimer, das Anti-Helden-Festival vom 24. bis 27.11. von Theater Inc. im Theater Mollerhaus. Sonntag, der 27.11. gibt es nochmal Checkle & Hyde, haben wir am Anfang schon angerissen. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen und dann gibt es, glaube ich, noch ein Rahmenprogramm. Jacqueline Hyde, kurz zusammengefasst, ein spannender, sehr musikalischer Kampf zwischen Gut und Böse mit zwei Schauspielern und super viel Musik. Und das Ganze um 20 Uhr. Das Rahmenprogramm um das ganze Festival herum gibt es ja auch drei Punkte. Kannst du uns hierzu abholen? Ganz zu Beginn der Sendung haben wir ja schon kurz über Performance gesprochen und haben es ein wenig angerissen. Denn es wird nicht nur am Sonntag, sondern schon beginnend am Freitag als ein Punkt dieses Rahmenprogramms eine begehbare Performance-Installation auf der Probebühne im Erdgeschoss des Theater Mollerhauses geben. Ein Raum, der von unserem Theater Inc. Factory Ensemble gestaltet wurde. Ein Ensemble, das sich jetzt seit diesem Herbst mit dem Kaufmann von Venedig erstmals als eigene Sparte von Theater Inc. präsentiert hat. Und dieser Raum steht unter dem Titel Antiheldinnen. Denn auch eine Vielzahl an weiblichen Antiheldenfiguren taucht in der Geschichte auf. Aber irgendwie bekommen sie immer zu wenig Aufmerksamkeit. Und in einem sehr freien und auch hier kollektiven Schaffensprozess hat sich das Ensemble überlegt, welchen Figuren möchten wir denn eine Stimme geben und mit welchen theatralen Medien und Mitteln möchten wir diese Umsetzung präsentieren. Und entstanden ist ein sehr spannendes Raumkonzept mit verschiedenen, ich möchte fast sagen, wie im Museum mit verschiedenen Exponaten, die man anfassen, die man hören, die man spüren kann, über Klanginstallationen, über Videos oder einfach über haptische Elemente zum Greifen wird ganz viel geboten in diesem Raum. Der öffnet immer nachmittags ab 16 Uhr und ist bis zum Abendprogramm geöffnet, kann also auch unabhängig vor den Veranstaltungen besucht werden. Und mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen, denn das Erleben in diesem Raum steht im Vordergrund. Und das ist für jeden ein hoffentlich individuelles Erlebnis. Ich wollte die Frage ja nicht stellen, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Was ist eine Antiheldin? Darf ich die Frage an dich zurückgeben und dich fragen, welche Eckpunkte stellst du dir denn vor? Was ist für dich persönlich eine Antiheldin? Was für mich persönlich eine Antiheldin ist? Eine Antiheldin kann ich, ich kann es nicht beantworten. Sind das eigentlich Helden oder Heldinnen, die was Weiches in sich haben, für Sachen kämpfen und scheitern und haben aber trotzdem gekämpft und haben was nicht erreicht? Oder sind es Frauen, die unbequeme Wege gehen und was umsetzen und erreichen? Dann wären sie aber Heldinnen. Was heißt Antiheld oder Antiheldin? All das, was du gerade gesagt hast und noch viel mehr. Man kann natürlich immer versuchen, eine pauschale, generalisierende Definition zu finden, aber du hast schon mal wichtige Attribute angesprochen. Es ist das Scheitern. Es ist das Scheitern können, vielleicht auch das Scheitern wollen, aber trotzdem wieder aufzustimmen und weiterzumachen. Lese ich das Programmheft vor und wir versuchen, die Definition, die wir für uns irgendwie aufgestellt haben, zu greifen, dann sagen wir, dass AntiheldInnen gegen von der Gesellschaft gestellte Normen agieren und Moralvorstellungen, wo wir ganz schnell beim klassischen Beispiel Batman wären, ein Held, der eigentlich Gutes schaffen möchte, aber dazu Wege einschlägt, die wir als von anderen Werten geprägte Menschen durchaus hinterfragen würden, obwohl wir ihre in der Regel gute Absicht eigentlich genauso nachvollziehen können. Die Performance AntiheldInnen zu sehen jeweils vom 25. bis 27.11. von 16 bis 20 Uhr auf der Probebühne im Theater Mollerhaus. Dann gibt es noch ein Festivalkino. Prometheus, Antigone und Judith. Wann ist das zu sehen und wo? Auch unser Festivalkino ist von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. zu erleben und an jedem der drei Tage steht eine andere Figur im Zentrum. Das ist am Freitag Prometheus, der auch schon vergangenes Jahr im Festivalkino zu sehen war. Das ist am Samstag die Antigone, die erst dieses Jahr bei uns Premiere hatte im Januar und die einmal live gestreamt wurde, sodass wir auch hier einen Mitschnitt haben, den wir nochmal zeigen können. Und das ist am Sonntag die Judith, unsere TheaterInk Festivalpremiere des vergangenen Jahres, die wir alle drei nochmal für jeweils 24 Stunden zeigen. In unserem, ich wiederhole nochmal, Festivalkino, das aber auch nicht irgendwo im Theater platziert ist, sondern online. Die Filme sind auch hier über unsere Homepage frei zugänglich und nur online zu sehen. Denn es ist kurzum ein digitales Festivalkino. Alle Multimedia-Bereiche hast du bedient oder bedienst du in dem Theaterfestival. Du hast den Rahmenprogrammpunkte erwähnt. Einen Rahmenprogrammpunkt gibt es noch, nämlich die Nachgespräche nach den Vorstellungen Hamlet, Shackle & Hyde und auch Judas. Diese werden von Radar Radio Darmstadt geführt, von meiner Person, Petra Schlesinger. Und ich freue mich schon sehr drauf, denn es ist doch auch immer interessant für das Publikum, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Schauspieler mal anders zu erleben und auch vielleicht hier noch Fragen zuzulassen oder Fragen stellen zu dürfen. Also wir freuen uns sehr und freuen uns auch, als Radar Radio Darmstadt dieses Anti-Helden-Festival zu unterstützen. Und wir freuen uns umso mehr, dass auch du dieses Jahr wieder mit dabei bist bei einem Festival, das jedes Jahr und wie anders ist. Bist du auch in diesem Jahr und vielleicht, wenn es weitergeht, auch im nächsten Jahr hoffentlich unsere feste Komponente. Das freut mich sehr und wir sind gespannt und kommt alle. Es wird eine interessante Sache im Theater Mollerhaus. Aber Marvin, jetzt nochmal. Wie geht das mit Karten? Gibt es Karten für mehrere Tage, für bestimmte Vorstellungen? Gibt es Tageskarten? Wie hast du das aufgebaut? Für alle Veranstaltungen gibt es die Karten, wie gewohnt, über unsere Homepage www.theaterinc.de oder direkt über ZX, über das Theater Mollerhaus, www.theatermollerhaus.de oder auch da übers Theaterbüro. Die Installation Anti-Heldinnen ist kostenfrei und kann jederzeit einfach so auch spontan besucht werden. Und auch das Festivalkino ist frei und kostenfrei zugänglich. Nur gerne ein kleiner Hinweis. Achtung bei Samstag, dem Konzert von Martin Bruchmann. Da kann man einerseits Karten für das Live-Erlebnis im Saal kaufen, über ZX wie auch über Ticketino, Karten für den Livestream. Vielen Dank, lieber Marvin. Also nix wie hin, Anti-Helden-Festival vom 24.11. bis 27.11. im Theater Mollerhaus. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage von Theater Inc. und Theater Mollerhaus. Und in unserem wunderschönen Programmheft, das auch schon an vielen Orten ausliegt, aber auch online auf der Homepage eingesehen werden kann. Da freuen wir uns. Und natürlich hier auch einige Programmhefte bei Radar Radio Darmstadt. und nix wie hin. Wir freuen uns und vielen Dank, dass du hier warst, Marvin Heppenheimer von Theater Inc. Ich bedanke mich für die Einladung. Herzlichen Dank. Und toi toi toi. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns. Ich bedanke mich für die Einladung. mich für die Ahnung. dann bist du hier warst. Vielen Dank.